Ressourcen in ihrer Genialität dafür verwendet, um ungeliebte Regenten loszuwerden. Nennen sich Biotin. Echte Demeter-Gürke. Und echt scharf. So, bitte einmal die Hand durch. Oh Mann. Haben Sie noch irgendwelche letzten Worte? Wunderschönes Maggi-Fest. Echt drauf. Anfass! Gurke? Ja. Gurke? Echt normal, dann dem auf dem Hintergrund. War noch jemand ein Stück Gurke? Und damit verabrede ich mich von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß noch. Danke.